Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute mit einer weiteren Errungenschaft aus Herausforderer Reihe 7. Trotz der Barriere zwischen uns, besiege den lasterhaften Täufer, ohne dessen Elementarummantelung zu zerstören. Und das funktioniert auf zwei Arten. Entweder ihr kämpft einfach während er seine, also er macht ja quasi dieses Dreieck aus diesen Elementardingern. Und die kann man einfach ignorieren und ihn direkt angreifen währenddessen. Oder man zerstört die drei Dinger. Danach ist er kurz betäubt und dann fängt er mit den Schilden an. Die Schilde muss man dann einfach aussitzen, einfach währenddessen gar nichts machen, bis sie halt weg sind. Und er wieder in diese Phase der Generation kommt. Oder ich sehe gerade meinen Zhongli ist tot. Genau, das sind halt die zwei Methoden, die es gibt. Ich persönlich bin eher Fan davon, die Ummantelungen tatsächlich zu zerstören. Also diese Dinger. Wir müssen uns nur gucken, wo Hydro erscheint. Hydro ist da drüben. Das nicht. Hier ist Hydro. Das ist schlecht. Das ist sehr schlecht. Genau, jetzt ist er nämlich betäubt. Wir haben jetzt noch kein Schild kaputt gemacht. Er bekommt jetzt ein Schild gleich. Jetzt. Oh. Keine Ahnung, warum er jetzt noch Schmelzen bekommen hat. Ich war schon sauweit weg von ihm. Schauen wir mal, ob das funktioniert. Ich habe die Errungenschaft selber noch nicht. Das heißt, wir sehen es gleich. Es dauert halt sehr lange, dass der Schild quasi abnimmt, wenn man darauf wartet. Das ist halt das echt blöde bei der Errungenschaft. Muss man sagen. Genau. Jetzt wechselt er auf den nächsten Schild. Ich habe leider meine Spezialfähigkeiten nicht aufgeladen. Das wäre vielleicht noch ein kleiner Tipp für euch. Ladet eure Spezialfähigkeiten vorher auf. Ich hätte am Anfang viel mehr Schaden machen können, wenn ich das getan hätte. Das müsste eigentlich gleich wieder angreifbar werden. Jetzt. Aber solange ihr es nicht endgültig zerstört, soll es eigentlich egal sein, weil es heißt ja zerstören und nicht beschädigen. Genau. Jetzt muss es eigentlich gleich losgehen. Genau. Jetzt fängt wieder diese Phase mit den Schäden an. Und das Spiel geht von vorne los. Ja, ich habe jetzt mal beides ausprobiert. Wie gesagt, ich bin echt mehr Fan davon, diese Dinger kaputt zu machen. Weil man ihm dann viel mehr Schaden machen kann. Wenn man da ein paar Lucky Crits landet, dann kann man ihn eigentlich easy in der Zeit besiegen. So. Jams, das war's. Trotz der Barriere zwischen uns. Let's go. Genau. Es gibt, wie gesagt, diese zwei Optionen. Also ich würde trotzdem diese Ummantelungen kaputt machen. Also diese... Keine Ahnung, wie heißen die Dinger? Ich vergesse es jedes Mal wieder. Elementarmatrizen? Ne, das ist eine andere Herausforderung. Ist ja auch vollkommen egal, wie die Dinger heißen. Ich würde sie kaputt machen. Dann ist er direkt am Anfang des Kampfes betäubt. So viel Schaden machen wie möglich. Dann warten, bis der Schild weg ist. Angriff. Warten, bis der Schild weg ist. Angriff. Warten, bis der Schild weg ist. Angriff. Warten, bis der Schild weg ist. Angriff und so weiter. Ja, ist natürlich eine sehr nervige Errungenschaft zu bekommen. Keine Frage. Aber verhältnismäßig einfacher eigentlich. Danke euch auf jeden Fall fürs Zuschauen. Ich würde mich sehr beim Like, Kommentaren, Abo von euch freuen. Wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.